Moin Leute, hier ist gerade eine Bestellung angekommen von Röderfeuerwerk. Ein kleines Sponsoring-Paket habe ich von dem bekommen. Sehr nett erstmal an dieser Stelle, wirklich vielen Dank. Und ja, eindeutig größer als ich gedacht hatte. Ja, bockt schon. Und dann werde ich das mal aufmachen und reingucken, was so alles drin ist. Ich weiß es ja selber noch nicht. So, habe jetzt noch mal einen kleinen Cut gemacht. Offen ist es jetzt. Erstmal schönes Verpackungsmaterial. Ist hier drin. Wow, schönes Stuch vor. So ein bisschen mit Schwarz, mit Bein, also wirklich. Sehr schön. Noch mehr, noch mehr. Und das sieht schon mal sehr schön aus. Oh ja. Sehr schön. Allerdings. So. Hier als kleines erstmal die Vegas Vulcanos. So ein sehr schön sein. Bin ich sehr gespannt drauf. Wirklich vielen, vielen Dank nochmal an der Stelle. Wow. Ja. Die Vegas Vulcanos. Dann die Blitzknatterbälle von Seko. Auch wirklich sehr schön. Da bin ich mal gespannt. Ob es das auch wirklich endet. in der Stelle. Dann sehr schöne Aufkleber. Den werde ich auf jeden Fall gut gebrauchen können. Kommt an die Tür. Dann hier nochmal von Keller. Powerballs. Da wird es auf jeden Fall einen Vergleich geben von den ganzen Knatter Sachen. Und dann hier. Future Class. 30 Fontänen für das ganze Jahr. Wow. Riesiges Dankeschön. Also wirklich mega. Da freue ich mich echt auf den Test. Das wird genial. Wow. Dann. Kinderfackeln. 6 Stück. Von Panda. Okay. Bin ich auch mal gespannt drauf. Was das genau ist. Sagt mir so nix. Ich denk mal. Ich habe hier keine Knallfackeln. Auch einfach. Dann. Meteorite. Von Veko. 20 Stück. Die kommen mit in den Knatter. Vergleich. Oder ich zünde alles. Oder ich mache ein komplettes Paket. Unboxing. Äh. Zünden. Weiß noch nicht. Das überlege ich mir dann spontan. Dann. 4 Pyrokreise. Von Veko. Oh. Sehr schön. Genial. Dann hier. Von Wesley. Blitztürme. Stroboskop. 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 Blitz. Ja. Das hat auch genial. Das ist. Ich bin gerade. Ein bisschen geflasht. Und hier noch ein richtig schön großes Paket. Highly Scaled. von Leslie. Oh. Echter Hammer. Dann baue ich das nochmal auf. Schön. Und dann sehen wir uns gleich wenn ich die Muscheln aufgebaut habe. Seht es gleich. So. Hier nochmal eine kleine Gesamtübersicht. Und an dieser Stelle nochmal vielen vielen Dank an Röder Feuerwerk. Schaut auf jeden Fall mal rein. Ich blende euch das mal hier unten ein in den Link. Und ja. Echt genial. Und das werde ich alles für euch testen. Und dann sehen wir uns beim Test. So. Habe es doch nochmal gerade ein bisschen umgebaut. Und ja. Die Tests bzw. das komplette Paket werde ich denke ich alles schön nacheinander zünden. Kommt dann nächstes Wochenende am Samstag. Und ja. Also wenn das Wetter sich hält. Und man das von der Pflicht hinbekommt. Dann sehen wir uns nächsten Samstag wieder nach. Cheerio.